So Solar Correction Winter hier auf dem Weg zur Geiselbefreiung. Wonach genau suchen wir es auf? Roger, das Register beschreibt ein Sicherheitsmodul auf der anderen Seite der Struktur, wo der Marine von Reuben gefangen gehalten wird. Holen sie ihn zurück. Affen bereit, Bewegung! Okay, dann machen wir das mal. Was zum Teufel war hier los? Oh, dahinten. Nein, da ist nix. Das war also hier los. Oha, die hast du ja ziemlich toll erwischt, ey. Guck mal, waren wir ganz schnell hier nach? Ha! Hoffen wir nicht sowas hin. Das Leben der Xenomorph-Königin zu entwickeln waren erstaunlich erfolgreich. Zwar konnten wir uns keine weiteren Erkenntnisse über die Kontrolle ihres Nachwuchses verschaffen, doch sie produziert mit Regelmäßigkeit Eier. Die Beruhigungsmittel, die wir hier in ihrer Nahrung verabreichen, scheinen sie fügsam zu... Oha! Nun ja, zumindest etwas. Juni, ich hab's nen Fakt fürs Leben bekommen. Naja, mir interessiert ja keinen. Ist ein bisschen dark hier drin, ne? Warum konzentriert sich alles auf dieses Modul? Die Xenomorphs wussten, dass hierher kommen müssen. Ja, nehmen wir mal den... Äh, ich wollt grad Auflauf sagen. Den Aufzug. Ach du Scheiße. Seht ihr das? Ja, Winter. Das Bild ist verwackelt. Was ist das? Das ist die Königin. Wiederholen sie das ohne hier. Sagten sie Königin? Wie würden sie es denn sonst nennen? Sie sind Eier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach zu heilige Scheiße, die ist rausgebrochen. Komm, wir gehen lieber. Wirklich mal. Oh. Oh, hab ich mich grad erschrocken. Scheiße. Oh. 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 Du heilige Scheiße. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter, hab ich mich grad erschrocken. Oh mein Gott. Kommt ihr bestimmt links, ne? Naja. Was? Was ist das? Hat er sich hinterhergeportet, der Junge? Ist das Freunde oder Feinde? Ach Säcker, ich greife alles an hier. Das sind Feinde. Kann ich nicht auch so ne Gunn mal haben? Oh Gott. Ist er da hinten noch? Hopp. Er schießt hinter auf mich. Boah, krasses Ding. Habt ihr das gesehen? Boah. Dann ist der Kollege da langsamer tot. Oh Gott. Was? Scheiße, 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 scheiße. Krasses Ding Scheiße, ich verrecke doch jetzt, ganz ehrlich. Wie soll ich denn das jetzt noch packen? Wenn man sich auch so doof anstellt, ey. Hier drin ist alles total zerstört. Hier ist alles im Arsch. Oh, oh, geil. Gucken wir hier kurz nochmal nach. Ja, da sollen wir hier noch ein bisschen kämpfen. Wir haben alles voll. Hi, Unie. So. So. Legt euch echt nicht mit mir an, Digga. Oh Gott, da gehen wir gleich hier rein. So, schnell noch in Deckung gehen. Da gehen wir mal taktisch dran. So. Boah, weit kommt bestimmt die Fette, ey. Ach, da oben. Ich hab mich schon gewundert, was das ist. So. Gut, da ist ein gefangener Marine. Ah, nicht nur sonst hab ich die Waffe. So. So. Barrecke. Bam. So. 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 ja ja immer mit der ruhe erstmal alles einsammeln das ist schon ein bisschen tot da kommt doch gleich weiß da schließen wir lieber mal die tür finden sie den weg durch ja das wrack um den gefangenen zu finden na das macht du scheiße alien invasions scheiße erkundungsmarken nach erkennungsmarken das gut aussicht weiter das ist mir noch eindeutig viel zurück hier und die musik was die mich doch mal gleich so gut treffen können geile sache wie das schreit da ist ein autolog drinnen ja ok Ja, ja, ja. Ja, ja. Hm. Ah! Ja, ja, ja. Jo, 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 danke! Vielen Dank für die Info! Vielen Dank, wie lieb von dir! Oh. Ich möchte mich mal hier bisschen in Deckung wagen. Wow! Ha! Ja, toll! Gerade wenn ich das machen will, ja. Bam! Noch was? Gut. Das haben wir auch. Schließen wir mal. Ein bisschen Muni tut immer gut. Oha! Gehen wir erstmal lieber in Deckung. Bam! Tot ist er! Achtung! Nein! Nein! Ach so, kann er gar nicht sterben. Hm. Oh Mann, jetzt war ich grad ein bisschen so im Realismus-Modus. Komm, wir gucken vorher noch mal hier ein bisschen rein. Das haben wir voll. Ja, der Weg hat sich gelohnt. So, Leute, ne? Das war schick. Äh, schick nicht dick. Ja, das schickt mich. Na gut, war jetzt kein guter Reim. Ähm. Ja, dann fahren wir jetzt mal hoch. Und was uns da oben erwartet. Ja. Das seht ihr gleich. Wenn ich dann hier diesen Push the Button mache, okay? Push the Button. Bis gleich!